Ganz anders dagegen sieht es in den USA aus. Jeder Amerikaner ist im Schnitt 60 Kilogramm Rindfleisch pro Jahr. Und deswegen sehen die Betriebe auch anders aus. Da drängen sich teilweise zwischen 5000 und 50.000 Rinder in den Gehegen oder auf den Weiden. Aber so langsam regt sich auch in Amerika der Widerstand gegen diese extremen Haltungsbedingungen. Es gibt da eine sehr beeindruckende Frau, die sich für die Rinder einsetzt. Temple Grandin ist Autistin. Und sie hat eine besondere Begabung. Sie kann das Verhalten von Rindern besser als alle anderen Menschen verstehen und deuten. Was Sie da eben gesehen haben, ist Neugierde. Eine Person in einer Koppel, das ist nicht normal. Die Rinder schwanken zwischen Neugierde und Furcht. Temple Grandin ist Professorin für Nutztierverhalten in Fort Collins, Colorado. Seit 40 Jahren beschäftigt sie sich mit der Verbesserung der Anlagen in Viehzuchtbetrieben und Schlachthöfen. Seit ihr Leben 2010 verfilmt wurde, ist sie in den USA ein Wissenschaftsstar. Bevor sich alle für meinen Autismus interessierten, der Spielfilm und so weiter, habe ich mich bemüht, Anlagen zu verbessern. Als ich in den 70ern damit anfing, wurden Rinder wirklich schrecklich behandelt. Ständig Elektroschocks und lautes Geschrei. Die Menschen waren wirklich bösartig zu dem Vieh. Mit Unverständnis, sogar mit Hohn, wurden ihre Ideen anfangs aufgenommen. Doch die Rinderversteherin ließ nicht locker. Heute ist sie in den USA bekannt als Architektin von Anlagen in Mastbetrieben und Schlachthöfen. Doch viel wichtiger als die Anlagen ist ihr das Verhalten der Rancher. Man muss nicht immer Elektroschocks benutzen. Die Rancher müssen sicherstellen, dass ihre Leute die Rinder gut behandeln. Das Geschrei muss aufhören. Die Forschung ist eindeutig. Wenn Rinder angebrüllt werden, sind sie extrem gestresst. Die Rinder hier in Colorado sind scheue Tiere. Der Westen ist berühmt für seine endlosen Weiten, auf denen einst wilde Büffel lebten. Heute grasen hier das ganze Jahr über Millionen halbwilder Rinder. Von Zeit zu Zeit werden die Tiere eingefangen und in solchen sogenannten Pressen fixiert, um sie zum Beispiel tiermedizinisch behandeln zu können. Doch viele Tiere sind störrisch, weil sie sich fürchten. Durch ein neues Design der Anlagen hat es Grandin geschafft, dass die Tiere willig hineingehen. Am Eingang eines Laufgangs darf zum Beispiel kein Schatten zu sehen sein, so wie jetzt. Rinder registrieren Details, die wir nicht beachten. Glänzende Ketten, Plastikbänder am Gatter oder Plastiktüten, Rinder lassen sich leicht verunsichern. Hier setzt Grandin ihre außerordentlichen visuellen Fähigkeiten ein, die sie als Autistin auszeichnen. Kein Detail entgeht ihr. Ich habe Checklisten gemacht, so wie für Piloten, von all den Dingen, auf die die Leute achten sollen. Die meisten Rancher brauchen so etwas. Mein ganzes Denken funktioniert visuell. Ich denke in Bildern, nicht in Begriffen. Und so ist es für mich selbstverständlich, auf Schatten zu schauen. Als ich damit angefangen habe, hat niemand auf so etwas geachtet. Die dachten, es ist doch verrückt, wen interessiert es, was Rinder sehen. Grandin hat zum Beispiel durchgesetzt, dass die Ganganlagen vor den Pressen und genauso vor Schlachthofeingängen gebogen sind. Der Grund, warum sie gebogen sind, Rinder gehen gern dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Wenn man sie also leicht im Kreis gehen lässt, nutzt man dieses Verhalten aus. Etwa jeder zweite Schlachthof in Nordamerika wurde bereits nach ihren Plänen umgebaut. In einem davon hat man uns drehen lassen. Zumindest die Außenanlagen dürfen wir zeigen. Pro Stunde werden hier 390 Tiere getötet. Fast 1,5 Millionen pro Jahr. Die Rinder wirken nicht verängstigt. Am Ende dieses Ganges erwartet sie angeblich ein humaner Tod. Aber was heißt das eigentlich? Für mich ist humanes Schlachten, wenn die Tiere ganz ruhig den Gang entlang gehen. Genauso wie sie es auf der Ranch machen. Und dann ein Kopfschuss und sie sind sofort tot. Und so sieht es aus. Ein Bolzenschussgerät sorgt für den sofortigen Hirntod. In Gang kamen die Verbesserungen 1999, als McDonald's Grandin als Beraterin engagierte. Allen Lieferanten wurden ihre Forderungen nach humaner Haltung und Tötung zur Auflage gemacht. Burger King und Wendy's zogen bald nach. Mit der geballten Marktmacht der Hamburgerketten hat Grandin die amerikanische Fleischindustrie umgekrempelt. Grandin ist keine Verfechterin von Bio-Fleisch. Sie hat ihr Leben vielmehr der Verbesserung der Massenproduktion gewidmet. Hier spürt sie ihre Verantwortung. Die Rinder, die sie in der Versuchsstation und im Schlachthof gesehen haben, keines dieser Tiere würde existieren, wenn wir sie nicht gezüchtet hätten. Es gäbe sie einfach nicht. Daher schulden wir ihnen ein anständiges, ein lebenswertes Leben und am Ende einen schnellen Tod, schneller als die Natur ihn bieten würde. Wir züchten Rinder in Massen, also müssen wir sie auch human behandeln. Das ist das Credo dieser ungewöhnlichen Frau. Das ist das Credo dieser ungewöhnlichen Frau. Das ist das Credo dieser ungewöhnlichen Frau.